CREANCH ROY Leute und heute gibt es seit Ewigkeiten die Fortsetzung vom Evil Ninja Parcours, nämlich Version 2.0. Den ersten Teil hat ja der ein oder andere von euch gesehen, 2 Millionen Menschen und es ist das meistgeklickte Video auf meinem Kanal. Und um das jetzt nochmal zu überbieten und dieses Mal die 4 Millionen Klicks zu erreichen, habe ich meinem Bauteam den Auftrag gegeben, eine perfekte Fortsetzung zu bauen, die sogar noch mehr Spaß macht wie der erste Teil. Mit geilen Slides, Enterhaken Präzision und es muss einfach das ultimative Ninja Kopf-an-Kopf-Duell werden. Für die perfekte 4 Millionen Klicks Setup Konstellation darf natürlich eine ganz bestimmte Person hier nicht fehlen. Wow, na Roy Leute und nach eineinhalb Jahren werde ich dich wieder in den Boden stampfen, mein Kleiner. Einmal weil ich der beste Parcours-Läufer der Welt bin. Ey, letztes Mal hast du mir echt die Ehre genommen, Alter. Das war so ein Kopf-an-Kopf-Duell, Digga. Du hast die Fallen besser getriggert, ich geb mich geschlagen, aber dieses Mal... Ja, das ist doch schon easy geworden, ne? Ja, ja, jetzt komm, lass mal dich den Dicken draus hängen hier, das wird in meinen Hosenstall offen, Digga. Ich werde dich jetzt hier auch mal... Also kranke Ansage erstmal vom Winnie, aber um das Ganze nochmal zu pushen, wird es diesmal ein knallhartes Duell um den doppelten Einsatz vom letzten Mal. Nämlich sage und schreibe 2 Skins. Oh, ha, Digga. Guck mal, bei einem Skin haben wir 2 Millionen bekommen, dann bei 2 Skins bekommen wir 4 Millionen Klicks, Winnie. Also... Ey, da freu ich mich, ne? Ich freu mich auch, Digga. Auf die beiden. Noch ein riesiges Dankeschön hier an mein Bauteam, das haben die wirklich so super gemacht. Man merkt richtig, wenn man das erste Video gesehen hat, wie es einfach 1 zu 1 angelehnt an den ersten hätte. Winnie, ich würde sagen, ich starte den Timer, oder? Oha, okay, 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 ich bin ready. Oh, er ist schon an, er ist schon an. Okay, okay. Kannst du dich noch ans erste Hindernis erinnern, Winnie? Boah, damals in eineinhalb Jahren, Digga, ein Slide. Ja, kann ich schon. Und genau so wird es jetzt auch sein, Digga, genau so wird es auch sein. Oha, der ist ja voll hart. Der ist echt voll hart, Digga. Oh, shit. Okay, da ist schon der erste Tod. Winnie, denk immer schön an die 2 Skins. Es gibt hier echt viel zu gewinnen heute, gell? Ich hoffe, du gehst nicht leer hier aus, Alter. Ich hoffe wirklich, du gehst nicht leer aus. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ey. Ich habe hier einen ganz guten Weg. Oh, jetzt kommt der ultimative Ninja Slide hier. Drüber, über die rote Stange. Nein. Ich bin am Gift gestorben. Es war so knapp. Oh, mich hat die Falle gekillt. Fuck. Ah, du darfst da. Also rechts ist, glaube ich, ein bisschen besser, Digga, weil da sind die Stacheln fallen. Ich hoffe, ich packe das diesmal, Alter. Oh, shit, die Slapper. Oh, fuck. Aber. Ich habe es. Nein. Das ist echt fies. Okay, du bist voll gut, Mann. Oh, Winnie, du bist ja schon ziemlich weit vorne in den Skrass, Digga. Bin ich. Ich bekomme ich Angst um meine Skins, Digga. Äh? Ich bin schon wieder an den Fangen gestorben. Ja, das Gift ist mega fies. Ich sag's dir, das Gift, wenn du es nicht erwischt, Alter. Oh, aber ich habe einen guten Anlauf. Und. Ich habe es an den ersten Checkpoint geschafft. Kann ich die Vergiftung überleben? Ich habe sie sogar überlebt, Digga. Hör mal auf damit. Und. Man kann sogar wieder. Das haben sie auch so gemacht. Nämlich die Map zerstören, Winnie. Und ich werde jetzt einfach die Sachen hier wegmachen. Das heißt, ich mache es dir noch schwerer. Ich werde einfach hier die rote Stange zerstören. Hör mal auf damit. Ey, es geht um Skins, Alter. Es geht um Skins, Digga. Das sind meine Fortnite-Skins. Ich will die haben. Haha. Also nur auf der rechte Weg ist. Ja, das ist ein Mensch, du bist, ne? Ja, Alter, Digga, das ist echtes Geld. Oh, guck mal, ihr Korb. Jawohl, Mann. Ich kann direkt hier weitermachen, Alter. Digga, das wird so geil. Ich suche mir einfach zwei richtig geile Skins draus, Alter. Oh, Junge. Ich werde immer mit denen zocken, wenn ich dann so zocken. Ey, so gemeint von dir, ne? Ja, Alter, letztes Mal hast du mich vor abgezogen vor 2 Millionen Menschen, Alter. Ich will doch jetzt meine letzte Ehre verteidigen heute. Ja, klar bin ich, aber ich bin auch gut. Ja, du bist schon auch ein guter Spieler, sag ich, habe ich nie nicht gesagt, oder? Ich habe auch die Ehre erwiesen und so. Aber ich muss hier echt dran gucken, dass ich durchkomme. Aber, ganz ehrlich, ich mache die auch schon ein bisschen Weg frei, weil hier ist so richtig viel Hinderniszeug. Und das räume ich da schon aus dem Weg. Man muss das echt mit der Spitze okay machen. Oh, hier unten kann ich durch, perfekt. Oh, shit, die Death-Song. Oha, Winnie, Alter, du bist vorbei. Oh, wer kommt denn da? Digga, ziehst du jetzt nach, oder was? Alter! Oh, yeah. Digga, dir geht es aber echt um alles hier, Alter. Du gibst hier alles wie Skins. Wofür? Alter, ich habe hier einen Trick, Digga. Ja. Digga, den nutze ich jetzt aus und dann werde ich Winnie die Skins abziehen. Hey, Junge, du scheiß Betrüger, Digga. Oh, scheiß ich. Hat mich gar nicht auf Blut gehabt. Ich habe keinen Plan, wo man hier lang gehen kann, Winnie, wirklich nicht. Ey, was machst du da ab? Ich habe auch keine Idee. Ey, du kleiner Betrüger, Digga, was machst du da ab? Digga, das ist doch einfach nur Death-Run, Alter. Im alten Ninja-Parcours durfte man das doch auch. Da durfte man das doch auch, Alter. Hey, ich habe den nächsten Checkpoint schon erreicht, Digga. Oh, wir sind da, was ist denn hier los? Das gab es auch im alten Ninja. Oh, yeah. Die Skins werden so geil. Oh, niemals. Niemals gewinnst du gegen mich. Ja, komm halt, Winnie, komm mal zum nächsten Checkpoint. Junge, ich komme. Wow, der hat eine Waffe. Hä? Jeder hat eine scheiße Waffe, Mann. Ey, was bist du für ein Mensch? Digga, es geht um zwei Skins in Fortnite, Alter. Aufstehen, Winnie. Oha. Ja, Mann, ja, Mann, Digga. Ich werde dich jetzt so lange erhalten, bis du quittest. Weil da habe ich so gesehen gewonnen, Digga. Ey, weißt du was? Was? Mega, komm, mach. Okay, Digga. Komm, mach. Probier, komm. Ey, wo bist du, Digga? Wo bist du, hä? Komm, mach ruhig. Wo bist du, Digga? Ey, es ist mir so egal, ne? Guck mal, wer hier kommt. Ja, ich will jetzt zwei Skins. Mir ist scheißegal, Alter. Ich nehme alles, um zu gewinnen. Ich mache alles, Alter. Oh, wo bin ich denn hier? Yo. Hä? Digga, das ist doch von mir hier, Digga. Geh weg. Geh weg. Du hast meinen Trick verwendet, Digga. Das war mein Trick. Egal. Ich habe die Waffen. Yo. Ich bin direkt vor weit, Alter. Jetzt kommt hier so ein Slide. Jetzt habe ich einen guten. Du musst direkt nochmal springen, Alter. Wieso gebe ich dir echt Tipps? Oh, shit. Jetzt habe ich die getriggert. Oh, der Teil der Tipps würde ich auch weiterkommen, ne? Oh, fuck, Digga. Das ist voll schwer. Ey, Junge. Komm. Jo, du killst mich einfach ehrenlos, Digga. Was machst du nicht alles für Skins? Ich bin immer der bessere Spieler. Oh. Du machst ja absolut alles für Skins, Vinny. Ist ja richtig ekelhaft, Alter. Komm schon, komm schon, komm schon, Digga. Das Slide ist echt nicht easy. Musste ich echt sagen. Ich muss es zugeben. Mm-mm. Komm, da. 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 Ja, Mann. Ja, Mann. Schafen. Stabil. Ich mache dir jetzt die Stage kaputt, dass du es nicht mehr schaffen kannst. Ah, shit. Ey, Junge, was für ein Mensch. Ey, ich glaube, das Video diabetisch. Ja, mir doch egal. Ein Abo weniger, aber wenigstens ein falscher Mensch, wofür ich nur die Skins will, weil du bist viel mehr wie ich, Alter. Ich spiele ja noch halbwegs real. Und ich dachte, wir wären Freunde, ne? Ja, ich dachte auch, wir wären Freunde, aber du hast mich im ersten Ninja schon so bloßgeschrafen, erstellt, dass ich jetzt hier bloßstellen will, Alter. Das war nämlich mein Plan von vorne rein. Diesmal werde ich dich doch her bloßstellen. Pass mal auf. Das glaubst du auch nur du, Digga. Ich warte schon mit meiner Golden Sky hier unten. Mal schauen, was wir hier reingepackt haben. Ja, guck doch. Komm. Ja, schau ich auch. Wow, Alter, nur Gold. Lami. Jo, das wird auch... Alter. Wo warst du, Digga? Was? Ey, du bist so schlecht. Jetzt bin ich wieder da, Alter. Digga, das war unfair. Du bist so schlecht, Junge. Digga, das schneide ich niemals ins Video, Digga. Was soll die Scheiße? Du machst alles für die Scheiß-Skins, Alter. Ey, ich werde mir die holen, Bro. Mann, du wirst dir gar nichts holen, Alter. Aber du verlieren wirst, Alter. Jetzt rief ich dich auf. Ja, komm doch, Digga. Wo bleibst du hier so lang, Mann? Mann! Ja, ja. Alter, Digga, der Ballertschon, der Ballertschon, Digga. Was ist für ein Irrenloser? Ja! Komm halt rein, komm halt rein, Digga. Alter, Junge. Komm doch, komm doch durch, Alter. Ich komm. Nächster Checkpoint, komm. Komm, komm, spawn doch, spawn doch, spawn doch, spawn doch. Spawn doch, Digga, mir doch egal. Digga, es geht um zwei Skins, Alter. Du bist nach uns, aber ich kill dich, Alter. Du warst mal mein Freund, Alter. Das kann ich gar nicht mehr glauben, du. Scheiße. Vinny, der wartet da schon, Digga. Der war für dich hier. Oh, Mann. Boah, ist schwer, gell? Ist schwer, gell? Nö, nö, geht noch. Wo bist du? Ja, du wartest da auf mich, Digga, du kleine Ratte, Digga. Du kleine Ratte, Digga. Da ist der schon. Voll in die Falle, Alter. Boah, Junge. Da war die Lucky Bloom. Ja, Lucky Bloom hatte ich. Danke an die Bloom an der Stelle. Da kommt der schon, Digga. Der denkt, ich wäre nicht mehr da, Alter. Aber ich bin da. Boah, Junge. Ich habe hier die Axt der Peinigung, Digga. Hä? Hast du irgendwie ein bisschen gehalten? Ich habe mir Hack aktiviert. Hä? Wieso kann ich dich nicht killen? Digga. Der Hack, Mann. Der Hackt in der Aufnahme, Leute. Sowas seht ihr mal, Alter. Was ist noch von euch noch reden? Ich habe mich so weggehackt. Schreibt mir alle Vinny's Hacks in die Kommentare. Schreibt mir alle Vinny's Hacks in die Kommentare, wenn ihr auch denkt, dass er hackt. Weil das ist echt ehrenlos, was er macht für zwei Skins, Digga. Das ist doch nur Fortnite-Skin. In welcher Welt lebst du, dass du es so ernst nimmst, Alter? Ja, Alter, aber du machst die ganze Zeit. Ich komme ja nicht mal mehr weiter, Digga. Ja, klar. Ich will ja auch gewinnen. Ja, klar. Du wirst Parrakesch und Fortnite-Skins, Alter. Uhu. Hast du nie geschafft. Digga, ich hätte es jetzt wieder geschafft, Alter. Und jetzt bist du wieder drauf. Alter, ich bin einfach zu gut. Ey, du hast mich so gegrieft. Ja, griefer, griefer, griefer. Ich habe es. Ich habe es. Bist du aufs Rechte oder aufs Linke gegangen, Digga? Äh, natürlich aufs Rechte. Ah, aufs Linke, okay. Ich habe es geschafft, aufs Linke. Oh nein, oh nein, Mann. Geh weg da. Ja, ich habe es nochmal, ich habe es nochmal. Vier, fünf, sechs, sieben, eins, zwei, drei, Digga. Wo soll ich hin? Ich glaube, nur ein Weg ist hier richtig. Das ist der Weg des Ninjas dann nämlich. Ey, ich würde da in den vierten gehen, geradeaus. Ich glaube, der ist ganz gut. Digga, der hast du das schon getestet, Alter. Verarsch mich nicht, Digga. Du wirst mich die ganze Zeit verarschen, Alter. Nee, will ich doch gar nicht. Ich gehe einfach aus dem Prinzip jetzt rechts lang, weil du wolltest mich schon allein mit dem ersten verarschen. Musst du dich entscheiden. Ja, ja, aber ich bin dort schon auf einem guten Weg. Ich könnte jetzt noch nie die fünf, aber... Ich halte dich aber gut. Ja, ja, haha. Die fünf wäre so easy, Alter. Ich glaube, ich versuche einfach mal die sechs, glaube ich, die hier wirklich. Komm. Ah, hier ist halt... Oh, also ich weiß nicht. Ich sehe da, glaube ich, was Gutes. Ich sehe da, glaube ich, was Gutes, du. Bitte nicht. Hoffe man nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte stirb, bitte stirb. Oh, yeah. Bist du tot? Ja, ja. Das ist der falsche Weg. Das ist der falsche Weg, definitiv. Oh, ein kleiner Lügner, ne? Hä, was? Kleiner Lügen wollte. Guck, was der macht, Alter. Oh, Scheiß. Wo ist der? Da ist der. Ey, Junge. Ey, wie ekelhaft, ne? Warte mal, wenn ich wieder bei dir bin, dann schieße ich die Tor ab. Ach, Digga. Du schießt mir gar nichts ab. Komm her, mein Lieber. Der ballert, der ballert. Hier. Christy. Oh, shit. Du wirst mein Stage kaputt machen? Okay, gut. Ich mach dir das kaputt. Ja, Mann. Komm schon. Komm schon. Oha. Komm auf damit. Hä, was? Wir haben doch gesagt mit dem. Oh. Oh. Ich hab's. Oh, du hast es geschafft. Ey, wehe. Hör auf damit. Hör auf. Hör auf. Dann drei Skins. Dann drei Skins, wenn ich gewinnen soll. Okay, komm, Digga. Ja, okay, bekommst du. Okay, okay. Na klar, bekommst du die. Auf jeden. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, scheiße, Digga. So ein Griefer, ne? Ja, ja. Alter, ich hab's nach einer Stunde, Digga. Da kann ich von ihm mehr. Das heißt, du brauchst noch länger, um dich selber zu töten, Digga. Damit werde ich dich mental crashen. Bro, da ist auch kein Ding mehr. Oh, scheiße, Digga. Bro. Äh, was war das? Äh, hallo? Oh, scheiße, Digga. Da ist kein Ding mehr. Leute, das heißt, ich hab ihn sozusagen komplett ausgeschieden. Und deswegen müssen wir jetzt, äh, was einfallen lassen. Weil sonst wär's echt unfair. Dann könnte ich auch nicht mehr leben. Und deswegen, Winnie, komm jetzt hier. Ich werde dir den Weg freimachen. Ganz ehrlich, weil das finde ich auch selber unfair. Komm, komm hier, Digga. Boah, wie lieb du auch immer bist. Ey, ganz ehrlich, ne, weil so könnte ich nicht schlafen heute Nacht. So könnte ich echt nicht schlafen. Winnie, hier. Der nächste Rift, das sehen wir gleich auf. Weil das war, ganz ehrlich, das war unfair von mir, dass ich hier kaputt gemacht hab. Komm. Hier gibt's ein Checkpoint. Alter, kennst du das noch? Kenn ich und werde ich gewinnen. Ja, da bist du voll der Pro, oder, Digga? Der geht direkt aufs Zweite, Alter. Digga, ein richtiger Pro, sag ich dir. Oha, Alter, auf First Try macht der oder was? Auf First Try, Digga. Die, 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 nehm ich noch mit. Oha, meine Damen, meine Damen, meine Damen. Oha, meine Damen, meine Damen. Wir haben's beide auf First Try. Okay, dann ist das aber meins. Oha, was für Waffen. Alter, ne Goldskarten. Nein, schub die, nein, schub die. Komm, komm, komm. Kleiner. Nein, Digga, bin ich so stark im 101, Digga. Ich glaub es nicht. Ich bin schon wieder so weit vorne, Digga. Geh mal weg, geh mal weg, Mann. Das wäre mein Slashkens. Oha, Digga, was ist denn eh, Digga? Hier gibt's sogar ein Level Skip, oder was, Digga? Level Skip, wer das benutzt, der, ganz ehrlich, ist ehrenlos. Weil ich werd's nicht benutzen, weil ich hab ja Ehre. Nicht so wie du, Digga. Nicht so wie du. Ach so. Okay, ich glaub, ich weiß. Wir müssen mal die Lamas öffnen hier. Ah, ja, ja, ja. Weißt du, was es sein könnte, Digga, wenn du ein bisschen anguckst? Oh, ja, Mann. Mit dem Enterhacken, Digga, mit dem Enterhacken. Nehme ich mir. Den man nicht nehmen kann. Ja, okay. Okay, Alter, wie viel haben die jetzt reingepackt? Das reicht uns aber, oder? Ey, ich bin da, Mann, ne? Okay, ich komm auch. Ich bin gespannt, Alter. Ich mein, letztes Mal war's ja echt hartes Duell, du. Oh, okay. Du musst jeden erwischen. Du kannst dich nicht mal draufstellen, Digga. Letztes Mal, da hast du dich nämlich draufgestellt. Weißt du das noch? Oh, ich hab den noch bekommen. Hä? Oh, shit. Digga, ist echt gar nicht so easy. Das ist also auch noch mal die ganze Ecke schwerer wie beim letzten Mal. Und Winnie, wir sind ja kurz von 2 Millionen Abonnenten jetzt mittlerweile schon, gell? Oh, ja, Mann. Ich glaub auch. Kannst du mal da die bitten um ein Abo, Digga? Oh, shit. Äh, könnt ihr mal bitte abonnieren. Ja, schon. Ah. Oh. Komm schon. Das ist hier echt Endgame-Level wie der Avengers-Film. Aber ich hab's. Ich hab's. Ehrlich? Wow, wow, wow. Ja, ja, ich hab's. Ich bin ziemlich weit irgendwo oben, du. Ich bin oben. Ich bin oben. Was erwartet uns jetzt? Ah, okay. Ich dachte schon, du stehst hier oben. Das ist Flo, Alter. Bester Mapper-Bauer auf jeden Fall, Alter. Okay, ich glaub, hier kommst du drauf an, wirklich richtig präzise hier durchzulaufen. Und ich mach's hier grad richtig langsam. Oh, oh. Ah. Alter, Winnie. Hey, wer ist denn hier? Alter, jetzt geh mal weg. Du bist mir so hart auf den Fersen. Ah, da ist ne Lampe. Da crashed, man. Shit, man. Ah, danke für den Tipp. Alter, scheiße. Winnie, wie hast du das jetzt so schnell nach mir geschafft, Digga? Ganz ehrlich, Mann. Ja, ich bin noch ein guter Spieler. Wie geht es doch nicht mehr normal, Alter? Jetzt geh mal. Geh mal schnell, Digga. Es geht um zwei Skins. Winnie, geh schnell. Ha. Oh, okay. Du hast die stärkere Waffe, irgendwie. Ja, ja. Du wärst sofort nach einem Pamm tot, Digga. Du pass mal besser auf, du. Nee, bitte nicht. Uh. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Uh, uh. Oh, scheiße. Bin tot. Pass auf, guck mal. Guck mal, meine Meter. Ja, ja, ich guck. Oh, ha. Alter, nicht schlecht, Mann. Oh, shit. Jetzt müssen wir nachziehen. Jetzt müssen wir nachziehen. Uh, ich hab's auch geschafft. Ich hab's auch geschafft. Schnell, schnell, schnell. Was? Alter, was? Ich bin doch voll mal tot. Haha. Digga, Winnie, du bist dann... Der hört, dass die Betrügger nicht kennen, Digga. Das gibt's ja gar nicht mehr, Digga. Ey, das ist jetzt hier so ein Bergspringer-Ding, du. Oh, shit. 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 Ich bin so weit oben. Ich bin hier drin hinter dir, Winnie. Du hast Eis an Füßen. Das ist nicht so gut zum Bergsteigen, Digga. Wir... Better watch yourself, Bro. Oh, shit. Ich lieg zweimal in die Luftrad wieder. Oh, das wird jetzt echt ein spannendes Duell, Digga. Ich weiß nicht, ob das die letzte Stage ist oder so, aber... Die letzte Stage im alten war ja so ein Fallen-Ding, gell. Weißt du noch, wo wir da irgendwie eine Stunde gehangen haben, Alter, weil es so schwer war? Oh, shit. Okay, abhoch da, abhoch da. Oh. Die kommen ja wieder, du. Du musst echt immer so vorausschauend dir denken, ne? Wo kommen die Autos runter? Winnie, wo bist du an dich? Die Eis waren da manchmal so ne kurische Range, ne? Ja, ja. Also da geh ich gar nicht rein, im Prinzip, jell, Digga. Ich geh hier immer, versuch, andere Wege zu finden. Oh. Oh, der ATK, Digga. Aber ich hab's irgendwie geschafft. Ich bin schon ziemlich weit oben. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus, du. Und... Der ATK nimmt mich voll mit. Und das auch noch, und das auch noch. Uiuiui. Ey, ich bin gleich oben, bin ich. Ich bin gleich oben, ohne Scheiß. Echt jetzt, Digga? Ja, okay, aber du hast noch ein hartes Ding vor dir. Ah, ah. Und? Was ist hier? Hey, jetzt bin ich wieder umanschtet. Ach so, man muss hier rein. Shit, man. Ich hoffe, ich packe das. Boah, ich hab's. Jetzt kann ich hier Tower Defense ein bisschen spielen, eigentlich. Oh, ich stelle dir mir eine Falle ab. Liga. Jetzt komm ich hoch, Bro. Okay, komm halt. Ich bin auf dem Weg. Ja, ja, komm halt. Oh, okay. Oh, hier ist Niki, ne? Haha. Okay. Das hab ich nämlich weggemacht, Digga. Entweder du schaffst es oder du schaffst es nicht. Und ich werde es versuchen. Ich hab's. Oh, hey, Will. Hey, da ist wieder der OG Fallentunnel, Bro. Ja, schon, Alter. Den haben wir schon mal versucht, ne? Okay, das fängt aber erstmal leicht an. Ich wette, die Fallen sind auch wieder hinten drin, Digga. Das war früher auch so. Ja, ich hab's gewusst. Guck mal hier, Bro. Jo, geiler Trick, Digga. Oha, voll gut, Digga, voll gut. Junge, du Hacker. Du bist gehackt. Du hast gehackt und du hast es angewendet, Digga. Jeder hat's gesehen. Ich hab's auf Video, Digga. Ich hab's auf Video. Leute, schreibt wirklich alle Hashtag Winnihackst in die Kommentare. Wenn ihr auch gesehen habt, dass er hackt und das ist nochmal bestätigt einfach. Weil er selber, der glaubt sich das gar nicht, Digga. Der glaubt immer noch, er zockt 100% real, Alter. Aber er ist nicht real, Alter. Er ist nicht real, Alter. Ganz ehrlich. Boah, Digga. Du bist hier, der schummelt. Digga, ich geh jetzt Weg 1. Egal, was du sagst. Weg 1 wird der Beste sein, du. Die hintere noch triggern. Schön. Dann noch die hier. Okay, Bro, ich fang an. Okay, okay. Oh, schön. Komm, lass mich mal die nächste. Lass mich mal die nächste. Boah, geil, Bro. Geil, geil, geil. Okay, komm, ich mach die nächste. Ja, ja, ja. Geil, 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 bro. Okay, ich mach die nächste. In die hintere. Oh, schön. Ja, Bro. Okay, komm. Die nächste. Ich die hintere. Die Linke. Ja, geil, geil. Weiter, 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 weiter. Ja, ha, ha, ha. Digga, wir haben es beide geschafft, Alter. Beide. Die haben uns so krassen Ansporn gegeben, Digga. Jetzt erst mal Tanzparty, Digga. Ich glaube, das ist das letzte, Digga. Weißt du das noch von früher? Aber wie kann man hier durch? Weiß ich gar nicht, Digga. Hier ist irgendwie was Unsichtbares und was Wandiges. Digga, komm, wir machen uns hier ins eigenen Weg. Geht das hier nicht? Also, ich würde nicht teleportieren, sag ich mal so. Hör, ich wurde auf die andere Seite teleportiert. Hier oben ist der kleine Rift. Du musst den nutzen, dann wirst du auf die andere Seite teleportiert. Ja, ich bin ein kleiner Rift. Und dir ist jetzt so ein Sprungbrett, Digga. Ja, ja. Ehrlich. Oh, Jump'n'Run. Ganz oben in der Ecke, Digga. Hier. Boah, Junge, wie mies, ne? Oha. Siehst du? Ja, okay, heftig. Du bist hinter der Wand. Alles gut. Heftig, heftig. Okay, let's go. Sprung für Sprung. Oh, shit. Man ist hier auf einmal voll weit. Oha, man ist hier auf einmal so schnell, Digga. Ich weiß nicht, was da los ist. Hey, ich hab dich voll speed mitgenommen. Versuch dein Glück. Versuch dein Glück. Oh, okay, okay. Funkt, funkt, funkt. Es war gutes Glück. Es war gutes Glück. Okay. Boah, du bist vorbeigesprungen, Digga. Du bist vorbeigesprungen. Boah. Boah. Boah, da kommt ein weiter. Wie ist schon schwer, ne? Die ist schwer, Digga. Der da hinten, der ist auch richtig genickt, Ruck, sag ich dir. Alter, Winnie. Ja, so knapp. Ich hab dich gar nicht einschätzen können, Digga. Ich hab dich gar nicht einschätzen können. Digga, du kannst dir alles nicht einschätzen bei denen. Doch, ja, dann gehen wir so. Das ist echt gar nicht easy. Ja, Mann. Würdest du dir auch sagen, Digga. Man denkt so, der ist so 10 Meter weg, Digga. Aber der ist ein Mini-Meter. Musst du da nur fortrücken. Oh. 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 Ja. Oh, Junge, gewinnt ihr hier noch? Ja. Oh, nee, 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 nee. Ich bin meine nächsten Stage, Winnie. Hey, Junge. Was ist das denn, Alter? Was ist das denn, du? Egal. Oh, ho, ho. Das ist das also. Okay. Ich traute mal, wer hier ist. Ja, Mimi. Hey, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Hä? Hä? Wo bin ich? Wo bist du? Ich bin Hacker, ich bin Hacker. Hallo? Hier bin ich. Ich bin unsichtbar. Ja, Junge. Ja, ja. Scheiß Hacker. Hier gibt es Unsichtbarkeitsautomaten, Digga. Oha, du kannst keinen Hacker killen. Du kannst keinen Hacker töten. Du bist so ein ekliger Hacker, ne? Bestimmt hier, Owego. Ja, bin ich halt ein ekliger Hacker. Und hier, Leute, natürlich, Supporter-Creator-Code-Crench, wenn ihr mich supporten wollt, ihr wisst Bescheid. Wir drücken hier auf Akzeptieren und haben somit das Spiel gewonnen, Alter, weil wir akzeptiert haben, Digga. Wie geil ist das denn? Boah, ey, das ist echt heftig. Ich will die Dino-Tarnung haben, Winnie. Die Dino-Tarnung? Ich habe nämlich schon den Dino-Tarnung, dann kann ich die Dino-Tarnung da drauf tun. Da habe ich den auch noch. Ah, komm, gönne ich dir. Ja, Mann. Alter, Winnie, du Irrmann, Alter. Hält einfach ein, Alter. Dino-Tarnung, wie geil ist das denn, Digga? Die fordre ich mir aber gleich mal ein. Ja, ey, ganz ehrlich, dann will ich den neuen Killer-Auftrag, weil der ist neu und der ist voll geil. Weil der glitzert alles super, der glitzert komplett. Das ist so krass. Bro, bro. Hm? Was ist los? Hat der im Kauf von der Tarnung gar nicht den Creator-Code drin? Ah, nein. Gar nicht, oh, fuck. Nein. Er war ganz schnell, guck mal, wie schnell ich tippe. Okay, warte. Zwei Sekunden waren das. Richtig. Zwei Sekunden, Digga. In zwei Sekunden kann man den eintragen, oder was? Bin ich eine, Bro. Alter, Leute, ihr habt Winnie gehört beim tippen. Er hat in zwei, wenn nicht in einer Sekunde den Creator-Code eingetragen und supportet mich jetzt mega für mich selber. Er schenkt mir den Skin, Alter. Das ist so krass, wie korrekt der Junge einfach ist. Danke, Bro. Klar, es gab mal die ein oder anderen Auseinandersetzungen im Deathrun, aber wirklich unterm Strich, unter alle. Aber, Alter, das ist einfach so korrekt von ihm, Mann. Boah. Joa, geil. Hoffentlich gefällt dir das Geschenk. Viel Glück und viel Spaß. Alter, so geil, Mann. Jetzt steht es 1 zu 1 im Evil Ninja-Duell, Alter. Winnie so korrekt, dass du es eingehalten hast. Ey, zwei Skins hat er ihm einfach gegönnt. Oh, yeah. Geil das aussieht, das ziehe ich sofort an, Digga. Das ziehe ich sofort an, mir egal. Guck mal, auf meinem Rücken, Digga. Das tut es auf meinen Kopf zeigen. E-U-Tier, guck mal, jetzt volles Set. Alter, wie geil ist das? Also, Leute, abonniert den Kanal. Winnie hat es ja schon gesagt, wieso ihr es tun solltet, auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall, richtig spannendes Duelle. Ich hoffe, das kommt an das erste Run und wird die 4 Millionen hier auch einfahren. Ha, 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 ha. Und vielleicht auch mal ein dritter Teil. Ja, genau, Leute. Aber dann müsst ihr erstmal die Mio hier voll machen. Also, schön klicken. Oh, yeah. Und liken und teilen. Und genau teilen könntest du auch noch. Und angucken, ne? Genau, angucken auch komplett. Das seht ihr jetzt erst. Ihr habt dies wahrscheinlich schon ganz angeschaut, ne? Okay, Leute, bis zum nächsten Mal und... Ciao!